Okay, dann zeige ich euch einmal, wie die Anlage momentan funktioniert. Der Gitarrist, wenn er anfängt Sound zu machen, hat er das allererste Mal viele Effektgeräte. Da hat es gerade schon einiges an Effektgeräten drin. Und wir sehen hier im ersten Teil des Dreier-Rack die Effekte, die zur Verfügung stehen. Wir haben hier eine weitere Schublade, weitere Effekte, weitere Netzteile. Im Ganzen sind das zwanzigwertige Effekte, die dem Gitarrist jetzt auf dieser Anlage zur Verfügung stehen. Und hier ist noch freier Platz, wenn vielleicht ein neues dazu kommt. Jetzt ein Gitarrist verbindet und die sind nicht verbunden, wie man könnte meinen, jetzt hier direkt mit einem Effekt-Board. Sondern die sind hinten dran verbunden. Wir haben hier nämlich drei Midi-Geräte. Hier ist das zweite und hier das dritte. Und alle diese Effekte sind schön nummeriert der Reihe nach hinten dran geconnectet. Zehn Stück Effekt hier. Zehn Stück Effekt hier. Und hier sind lediglich die fünf Amps, die wir hier sehen, verbunden. Aus diesen drei Midi-Geräten herausführt ein Midi-Kabel. Und das geht direkt hier rein. Und das macht es möglich, dass der Gitarrist, der hier spielt, die zwanzig Effekte jeder. Zum Beispiel das eins, hier, fett, hier fett. Oder das zweite. Der Kompressor, den er braucht. Die hat er hier zwei zu einem zusammengefasst. Und so geht es weiter, dass er diese hier kann. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Hier kann ich die zwanzig Effekte jederzeit per Fussdruck herberufen. Er kann also sagen, ich würde jetzt gerne, dass der Fett klingt. Ich hätte gerne ein Swammy-Pedal, das ich noch brauchen könnte. Ah, so ein Tube-Screamer wäre auch noch fein. Und dann hört er auf dem Amp, den er anwählt, genau dieser Sound. Und dieser Sound kann er daran mit zwei Fussdrücken abspeichern. Und den hat er jederzeit zur Verfügung, wenn er ihn gerade braucht. Jetzt sind das aber nur 20 Effekte. Und wir haben hier noch fünf Amps. Und mit den Amps verfahrt man genau gleich. Die sind alle verbunden, einzeln hier, eben im dritten Amp mit den Geräten. Wenn er also hier zum Beispiel stehen hat, FOX 1. Dann wird dort der FOX 1 aktiviert. Und der FOX 1 fängt an zu erklingen. Und so hat er vollen Sound. Und wenn er gerade ganz geil ist auf einem vollen Sound, dann sagt er, ja komm, ich schalte einfach alle Amps zusammen. Das kann er hier machen. Und jetzt hat er alle fünf Amps, die klingen würden. Das macht nicht Sinn. Aber es wäre möglich. Meistens wird Markus, der hier spielt, einen von diesen Amps in Betrieb haben. Weiter geht es nicht. Aber vielleicht interessant, wie er jetzt überhaupt an der Gitarre geht. Er nimmt sich eine Gitarre heraus, steckt sie hier ein, geht hier zuerst in ein Wawa-Pedal. Dann geht er hier in ein Volumen-Pedal. Und dann geht er hier mit einem anderen Kabel als ganzer Anfang ins erste Midi-Gerät. Und ab jetzt durchlauft seine Gitarre alle die 20 Effekte bis hin zu dem Amp, den er spielen will. Und damit ist der Sound komplett. Er kann die Gitarre wechseln. Er kann den Amp aussuchen. Er kann sich den Effekt zusammenstellen. Und so kreiert er seinen Sound für irgendeinen Song aus der Band. That's it. Okay, jetzt sind wir vorhin gerade bei Markus, der sich mehr den Lead-Part abspielt. Simon spielt hier mehr den Rhythmus-Part der Band. Und das sieht man auch daran, dass er nicht mehr ein dreiteiliges, sondern ein zweiteiliges Rack spielt. Das heisst, sein Aufwand an Effekten ist weniger gross, als jetzt vorhin bei Markus im dreiteiligen Rack. Was wir denen jetzt weglassen haben, könnte ich hier vielleicht noch einmal zeigen, nebst den Bodenträtern, die er hier hat, sind sowohl diese wie hier natürlich auch so grosse Digital-Prozessoren im Spiel. Das ist aber nichts anderes, als jeder von diesen Prozessoren hat einen von diesen Plätzen hier drauf, die ich dort erklärt habe. Viel mehr ist hier nicht, als dass er nicht 5 Amps anwählen kann, sondern er wählt seine 3 Amps an. Ein Fox, als 12 Fender und als 13 Matchless. Das reicht ihm, weil er wird vor allem Gitarren wechseln, die dann andere Sounds hergeben. Ein Gretsch zum Beispiel oder ein Fender. Aber das könnt ihr euch ein anderes Mal zeigen, wenn es euch interessiert. Zu den Gitarren von Keyden muss man sagen, dass diese an Manuel Balzer gehören. Er hat es ausgesucht. Und weil er ein riesen Fan ist, so dass er ein Bub ist von der U2, kennt er natürlich auch den Edge, der Gitarrist von U2. Und dementsprechend hat er seine Gitarren ausgewählt. Jetzt muss man wissen, dass der Edge von der U2 vor allem Single-Notes spielt, also nicht der klassische Solo-Gitarrist, wie wir ihn aus der Rockmusik kennen, den Steve Way. Der Edge spielt einzelne Single-Notes, und ich glaube, ich zeige es mal an dieser Gitarre. Das ist ein Country Gentleman von der Firma Gretsch. Country, weil Country viel gespielt worden ist. Gentleman, weil Chad Atkins ein Gentleman war. Und dieser Fingerpicker, Finger-Stylist, war in den 50er und 60er Jahren. Und Gretsch hat ihm das Modell gewidmet, Country Gentleman. Jetzt hat der Edge das aber für sich auch entdeckt von der U2. Also ist naheliegend, dass Manuel Walzer sich auch so eine Gitarre gekauft hat. Manuel Walzer schreibt Songs für Keyden. Und wenn er Songs für Keyden schreibt, hat er meistens im Kopf eine Gitarre und wie sie tönen sollte, nach einem Song von der U2. Ich habe jetzt mal Presets eingestellt von Crossroads. Und bei den Gitarren fängt die Geschichte schon an, ob ich natürlich die Gitarre mit beiden Pickups spiele oder ob ich nur mit einem Pickup spiele. Hat schon wieder einen riesigen Einfluss und Manuel weiss genau, ich hätte es gerne so oder so oder ich hätte gerne Country Gentleman. oder nein, wir nehmen eine andere Gitarre. Denn hat er beim Edge gesehen, dass er eine Tele 66 gespielt. Also hat er sich eine Tele 66 gekauft und damit könnte man schon wählen. oder? Also ein völlig anderer Charakter, ob man ein Country Gentleman spielt in diesem Song Crossroads oder ob man ein Telecaster spielt in diesem Song Crossroads. Aber wir sehen hier zum Beispiel noch eine weitere Gitarre. Das ist auch eine Gritsch-Gitarre. Wenn man aber herhinschaut, ist sie schon ein bisschen dicker gebaut als Country Gentleman. Das sagt Manuel sofort. Da habe ich ein wenig mehr Volumen. Da habe ich ein wenig mehr Akustik-Anteile im Sound drin. Und es erstaunt ja nicht, dass der Edge auch so eine spielt. Und die Kinder darum auch so eine zur Verfügung hat. Aber lassen wir mal rein, wie die mit diesen Single Nodes töten. oder beide Pickups. Oder noch Hals-Pickup. Und die Sammlung geht weiter. Weil er bei Crossroads ein bisschen rockiger Sound drin hat, kommt das Prachtstück von Manuel. Auf diese ist er besonders stolz, dass er den Gitarristen von Keyden diese zur Verfügung stellen kann. Mit dieser Gitarre, mit dieser Gibson Explorer, 1958, wird der Edge oft abgebildet. Also scheint eine von seinen Favoriten zu sein. Aber Rock. Reine Rockgitarre normalerweise. Nicht beim Edge. Genauso verwendbar für seine Single Nodes. Oder? Schon etwas dumpfer, der Sound. Oder? Und noch viel wärmer und viel zierlicher. Soviel mal zum Sound, wenn man auswählen will, welche Gitarre man nehmen soll. Ganz selten spielt er manuell aber auch in einer Konzert oder in einer Session eine akustische Gitarre. Und dort hat er eine traumhafte Martin zur Verfügung. Die zeige ich euch mal. Das ist eine alte Martin D35 mit noch vollen, warmen Bass. Und gleich hört man die Töne ganz gut und man kann richtig auf dieser Gitarre auch akustisch. weiche Blättchen Auch akustisch Gas geben, weiche Blättchen oder man nimmt den Herzblättchen. Es ist auch unmöglich. Sie verdreht das. Sie verdreht richtigen Power oder ob man Fingerpicking macht. Die braucht er auch live im Studio. und ein Topmodell. Macht er richtige Freude, auf so einer Gitarre zu spielen. Hier sind wir auf der Seite des Rhythmus-Gitarristen, der sein eigenes Sortiment der Gitarre zur Verfügung gestellt bekommt von Manuel. Ich sehe hier zum Beispiel einen Gibson, einen ES-335 1964 Nachbau original. Ganz bekannt worden durch den Auftritt von Alvin Lee bei Woodstock. I'm going home. Und viele Blueser spielen sehr gerne mit dieser Gitarre. Auch Jazz. Er liebt sie. Topmodell, wunderschön. Und das hier, das ist ganz speziell. Jeder U2-Kenner weiss, wenn er so einen sieht, dass das Ambono am Sänger seine Gitarre ist, die Gretsch für ihn gebaut hat. Die heisst Irish Falcon. Und das ist das Modell, das man ihm gewidmet hat. Und wenn er auf der Bühne Gitarre spielt, hat er meistens die Gitarre in der Hand. Schön zum Rhythmus spielen da drauf. Allerdings, da schon sehr, ich will nicht sagen, kloppig, aber gewöhnungsbedürftig. Im Sound drin wunderbaren elektrischen Akustik-Sound vermischt. Sehr eine ausgefallene Gitarre stellt er da am Rhythmus-Gitarrist zur Verfügung. Das ist ein absolutes Heavy-Brett, sage ich dem. Da gibt es einen Explorer LZZY, so heisst die Gitarristin. Ich weiss nicht, man sagt L-Z oder L-Z oder keine Ahnung. Aber das ist die klassische Rock-Gitarre. Auf dieser wird echt heavy metal gespielt. Aber sie haben manchmal bei den Kindern in den Songs eine Passage, die auch sehr rockige Töne mühen. Und dann greift der Simon zu dieser hier. Der Simon braucht aber auch viele diese Telecaster. Ich weiss nicht einmal, ob er sie viel oder nicht. Vielleicht vereinzelt. Ich kann es nicht sagen. Aber dieser Telecaster ist nicht ein Telecaster, wie wir dort hinten gesehen haben. Das ist ein Telecaster mit einer Spezialschaltung. Man sieht es nämlich, Telecaster haben normalerweise zwei Single-Coile. Die hat aber einen Handbacker und einen Single-Coil drin. Mit dieser Tele kann man auch richtig Rock-Druck geben. Und für das hat Manuel auch Verwendung in einer Song-Innen. Und darum steht sie hier. In dieser Sammlung. Der Edge selber hat sich ein Strat-A fertigen lassen. Eine schwarze. Man könnte meinen, es wäre jetzt die. Das ist sie aber nicht ganz. Die gehört jetzt dem Simon persönlich am Rhythmus-Gitarrist. Aber für den Strat-Sound, den sie manchmal im Song inwendet, ist das die Idealverwendung. Ich höre keinen Unterschied, ob jetzt der Edge seine in der Hand hat oder die. Höchstens, wenn ich da unten gedrückt hätte. Aber eine schöne Strat-Verwendung, wunderbar zum Spielen. Das sind alle, die Simon im Moment zur Verfügung hat. Es fehlt aber noch eine spezielle. Die darf ich nicht sagen, denn Manuel hat man es verboten, bis sie da ist. Das soll eine Überraschung für Simon sein sein.